Modul 2. Das Geheimnis der wachsenden Motivation und die Macht der Sprache. Worüber sprechen wir eigentlich, Maxi? Ja, wir reden darüber, was ist wichtig für die Motivation, damit die entstehen kann, die intrinsische Motivation. Wir reden über Ziele, über Ressourcenaufbau, machen ganz viele Übungen dazu, auch wie definieren wir Ziele so, dass wir sie auch wirklich erreichen können. Wie können wir anderen Ressourcen arbeiten, an Stärken, Erfolgen, diese Schatztruhe, die oft vergraben ist, unter ganz vielen Misserfolgen, negativen Sachen, die holen wir wieder raus mit ganz vielen tollen Übungen. Außerdem Macht der Sprache, wie können wir unsere Sprache einsetzen, wie funktioniert Kommunikation überhaupt, wie sieht die Kommunikationswissenschaft das, wie vertrauensvolle Kommunikation zustande kommt, auch nachhaltig erfolgreiche Kommunikation, wie reden wir mit unserem Umfeld, wie erreichen wir auch so unsere kommunikativen Ziele. Außerdem Lerncoaching, wie gestalten wir eine Sitzung, was ist die Haltung eines Lerncoaches, wie können wir das abgrenzen? Die ist immer gerade. Die ist immer gerade und überhaupt nicht individuell. Nein, es geht um die Individualität und das Lösungsorientierte, das Begleitende. Und vieles, vieles mehr, all das im zweiten Modul.